Was hast du über Menschen gelernt, seitdem man dich canceln will? Die meisten Menschen würden über Leichen gehen, um selber voranzukommen. Würdest du für Casino Werbung machen, ist ja gerade eine Diskussion wegen Montana Black und Moral. Umso mehr Geld du hast, umso mehr kommen die falschen Leute zu dir. Du ziehst immer das an, was du bist auch irgendwo, ne? Und dann hast du Geld, dann kommt dein wahrer Charakter raus, so. Manchmal muss man Hass mit Hass bekämpfen, damit was Gutes bei rauskommt. Ich glaube an die Geschichte von Jesus, Bruder, und Jesus war pure Liebe, so. Am Ende ist Liebe die größte Waffe auf der ganzen Welt. Ich bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahrer am Kuder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herz wiegt über ne Tonne. Kann ich denn kommen? Bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Was hast du über Menschen gelernt, seitdem man dich canceln will? Bruder, dass Menschen ekelhaft sind. Dass es wenige Menschen gibt, die noch Herz haben, so. Dass die meisten Menschen einfach nur auf ihr eigenes Vorankommen denken. Achtlegen, wollte ich sagen. Menschlichkeit, Nächstenliebe, Support, Gönnen, spielt keine Rolle, Bro. Spielt keine Rolle. Gibt es ganz wenige Menschen, die dafür noch irgendwie ein offenes Herz haben. Ein offenes Mindset in so eine Richtung haben, so. Die meisten Menschen würden über Leichen gehen, um selber voranzukommen. Die meisten Menschen scheißen drauf, was mit dem neben dir passiert, wenn du weiterkommst, so. Wenn sie selber weiterkommen, dann wird auf so vieles geschissen, Digga. Das ist mir einfach immer mehr bewusst geworden, auch dadurch, so. Ja. Menschen sind ekelhaft, Bruder. Die meisten Menschen sind leider ekelhaft, so. Es gibt noch, es gibt ganz wenige Menschen, die wirklich ein gutes Herz haben und dann auch noch versuchen, dieses gute Herz mit so vielen Menschen wie möglich zu teilen, um einfach mehr positive Energie zu erstellen, so. Und gerade, sorry, wenn ich es wieder sagen muss, aber gerade in Deutschland wirst du noch belächelt, wenn du so jemand bist. Wirst als dumm dargestellt. Dir wird gesagt, dass du nicht intelligent bist. Weil du dein Herz einfach an einem anderen Fleck hast, so. Weißt du, wie ich meine, so. So, genau deswegen supporte ich auch so eine Justine zum Beispiel, so krass. Weil die einfach das Herz am richtigen Fleck hat. Weißt du, was ich meine, so. Die ist einfach, die ist einfach ein guter Mensch, so. Und ich weiß, wenn man dieser Person Aufmerksamkeit gibt, Reichweite gibt, so, dann wird sie diese niemals vergewaltigen, so. Die wird diese niemals nutzen, nur für ihr eigenes vorankommen. Sondern sie wird immer, sie wird immer Wert darauf legen, auch anderen Leuten irgendwie was mitzugeben. Oder wenigstens ihr Herz zu teilen und dass andere Leute davon sich was abschneiden können, so. Und genau so einer bin ich auch. Und von den Menschen gibt es leider nicht mehr viele, so. Die meisten Menschen sind nur auf ihre eigenen Eier konzentriert und fokussiert und scheißen was, scheißen drauf, wie es Menschen um denen herum geht, so. Scheißen auch drauf, ob andere vorankommen oder nicht, so. Ich werde immer alles dafür tun, andere Menschen mitzuziehen, wenn es nur Motivation ist. Leider habe ich jetzt die finanziellen Möglichkeiten nicht. Ich wollte mir die immer so aufbauen und es wird auch noch in Zukunft passieren, aber jetzt gerade ist es noch nicht der Fall. Sonst würde ich so eine Leute wie die Justine viel schneller, viel größer machen. Auch eine Laura zum Beispiel würde ich viel schneller, viel größer machen, so. Weil ich ganz genau weiß, dass die das Herz am richtigen Fleck haben und ihre Reichweite dafür nutzen würden, Gutes zu tun, Bro. Es gibt genug von diesen hassenden, ekligen... Boah, Digga, von diesen Menschen halt so. Weißt du, wie ich meine, so? Die nur auf ihre eigenen Eier gucken, so. Davon gibt es genug. Davon gibt es genug. Man muss halt schauen, dass man mehr liebende Menschen erzieht, so. Weil, Bro, das überwiegt leider. Diese Hassscheiße überwiegt leider. Einer sagt, Geld ist nicht alles, Leon. Damit wirst du Menschen nicht zum Besseren verändern können. Wie läuft vegan? Also, Geld ist nicht alles. Das habe ich ja vorhin auch schon ausführlich auch so gesagt. Stimme ich dir auf jeden Fall zu. Aber du kannst auf jeden Fall Geld dafür nutzen, andere Menschen zu verändern. Hundertprozentig. Ich würde mit meinem Geld halt genau das tun, was ich eben gesagt habe. So, ich würde genau diese Menschen supporten, wo ich das Potenzial sehe, dass die einfach krasse, gute Menschen sind, ein gutes Herz haben, da Geld rein investieren, dass die schnell groß werden und dann die Liebe weiter verbreiten und dann hast du was Gutes getan. So, nach einer gewissen Zeit, Bro, irgendwann, früher oder später, wird sich jeder, also, wenn du nur 90% positive, liebende Menschen zum Beispiel auf der Welt hast, so, dann werden sich die anderen 10% auch davon anstecken lassen, so. Das ist ein Butterfly-Effekt, so. Ist normal, Bro. Umso mehr hassende, nichtsgönnende Neider es gibt, umso mehr hassende, nichtsgönnende Neider gibt es, Bruder. Umso mehr lassen sich davon auch beeinflussen, so. Wenn das nicht mehr cool ist, wenn das andere cool ist, wenn sich lieben cool ist, wenn sich zu sagen, I love you, man, wie wir das gemacht haben mit Fanos vor der Kamera, nachdem haben sich viele auch dann mehr geliebt, so. Also, umso mehr Liebe du selber verbreitest, umso mehr Menschen beeinflusst du damit und die beeinflussen wieder einen anderen und dann verbreitet sich halt die Liebe, aber genau so ist es auch mit Hass und mit Negativität. Das verbreitet sich halt auch schnell und wird gefeiert, so. Aber das kann sich halt auch ganz schnell, das Blatt kann sich wenden, so. Bin back, was steht an? Jamo it in, man. Oh, shit. Hey, Rose, die P&K ist auch am Start. What's going on here, man? Wie geht's dir? Alles gut? Ich glaube, Selbstbezogenheit ist das Spiegelbild von Wut. Ich glaube, die... Ich glaube, die meisten sind gar nicht so egoistisch, aber extrem unzufrieden mit sich selbst. Ja, ist ein guter Hinweis. Kann sein. Unzufriedenheit mit sich selber bringt halt viel negative Vibes mit sich, so, ne? Das spreadet sich dann halt auch sehr schnell, leider. Würdest du für Casino Werbung machen, ist ja gerade eine Diskussion wegen Montana Black und Moral. Ne, würde ich nicht. Ich habe schon damals mehrere Angebote gehabt, habe ich aber auch schon mal erwähnt, dass ich einfach nicht so der Typ bin, der gerne Werbung macht für Sachen, wo er nicht hundertprozentig dahinter steht. Montana Black ist ein Zocker, Dicker, der zockt. Der steht da auch hundertprozentig dahinter, also kann er es eigentlich auch bewerben. Keine Ahnung. Hat mir da noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht, um ehrlich zu sein. Umso mehr Geld du hast, umso mehr kommen die falschen Leute zu dir. Ja, kommt drauf an, Bro. Kommt drauf an, wie du dich bis zu dem Zeitpunkt halt selbst trainiert hast, wie du deine eigene Anziehung trainiert hast, wie du dich selbst unter Kontrolle hast, wie du dich selbst gefunden hast, wie viel Selbstliebe du hast. Du ziehst immer das an, was du bist auch irgendwo, ne? Also. Und wenn du einfach im Kern der gleiche gute Mensch bleibst und dann Geld machst, das habe ich schon immer gesagt, wenn du im Kern ein guter Mensch bist und dann Geld machst, dann wirst du damit auch gute Dinge bewegen, so. Wenn du ein Kack-Mensch bist und das aber, sage ich mal so, überspielst und dann irgendwie Geld machst, Digga, und dann hast du Geld, dann kommt dein wahrer Charakter raus, so. Dann wird man sehen, was für ein Mensch du wirklich bist, so. Weißt du, wie ich meine? Und ich habe schon immer gesagt, dass das eine sehr große Challenge ist, viel Geld zu haben, richtig viel Geld zu haben und ein guter Mensch zu bleiben. Aber es ist möglich, so. Es geht. Bin ich wirklich von ganzem Herzen davon überzeugt, so. Hass und Negativität gehört genauso zum Leben. Es ist also nicht immer was Schlechtes. Genau durch so eine Mindset, Digga, wird es halt auch immer weiter verbreitet, so. Hass und Negativität ist nichts Gutes, Bro. So. Kannst du sagen, dass es dazu gehört? Kannst du sagen, dass es gut ist? Sag mir Beispiele, wo Hass und Negativität mit was Gutem geendet haben, so. Sag mir das. Ich will es einmal hören von den Leuten, die das immer so als Argument sagen. Nee, aber Bro, man kann ja nicht immer Liebe und Positivität, oder? Also das muss ja auch, du musst ja auch mal ein bisschen hassen und du musst ja auch mal richtig so tiefen Hass haben. Bro, natürlich kommen immer Zeiten im Leben, wo man eventuell mal Hass in sich spürt oder fühlt. Aber das ist nichts Gutes, Digga. Natürlich muss man wissen, wie man damit umgeht, wie man diesen Hass dann wieder in Liebe umwandelt, meiner Meinung nach so. Aber du darfst dich niemals damit zufrieden geben, ein hassender Mensch zu sein oder Hass, Missgunst, Neid zu akzeptieren, Bruder. Da fängt es doch an. Weißt du, wie ich meine? Da fängt es an, meiner Meinung nach so. Günner sagt, in welchem Alter hast du begonnen mit Fitness? Also intensiv und wann das erste Mal in welchem Alter? Intensiv mit Fitness habe ich, glaube ich, mit 20 angefangen. 18, 19, 20. Ich kann es nicht ganz genau sagen. Kann auch 21 gewesen sein. Ich glaube, mit 18 war ich das erste Mal im Gym, aber dann richtig durchgezogen habe ich erst ab 21 oder so. Müssten jetzt so 10, 11 Jahre sein. Christian Dior Love you, bro. No homo it in, man. Love you too, motherfucker. Dabei ist alles, bro. Oh Mann, der Sinn des Lebens ist pure Liebe, aber okay, hasst ihr mal. Tschüss dir, Dicke. Sehe ich auch so, Hass ist nichts Gutes. Manchmal muss man Hass mit Hass bekämpfen, damit was Gutes bei rauskommt. Ja, mach mal ein Beispiel, bro. Mach mal ein Beispiel. Bro, das ist Schwachsinn, Dicke. Das ist Schwachsinn. Ich glaube an die Geschichte von Jesus, Bruder. Und Jesus war pure Liebe. Am Ende ist Liebe die größte Waffe auf der ganzen Welt. Das ist meine Meinung, bro. Und Liebe wird noch Hass bekämpfen und besiegen, Bruder. Ganz klar. Liebe wird gewinnen am Ende des Tages. Davon bin ich überzeugt. Dafür stehe ich mit meinem Namen, motherfucker. Love lock it in, man. Und ich werde mir nicht von irgendwelchen Leuten im Chat sagen lassen, dass Hass gut ist, Bruder. Oder von irgendwelchen anderen YouTubern. Es gibt ja echt tatsächlich Leute, die das auch in der Öffentlichkeit so sagen. Ich frage mich halt, was ist das Ziel damit so? Wieso musst du jemandem anderen seine Positivität ausreden, um zu sagen, dass Hass auch gut und wichtig ist und dass ein anderer scheiße oder dumm ist, weil er die ganze Zeit versucht, positiv zu sein. Da merkst du schon, wie verquer die Welt manchmal läuft. Das ist einfach ein... Bruder, das ist ein Fehler in der Matrix, Bro. Das ist mein Mindset. Das ist meine Einstellung zum Leben. Für mich ist das Glas immer halb voll. Ich versuche, das Gute zu sehen. Ich sehe ganz, aber ich sehe natürlich auch, wie viel Schlechtes es gibt so und versuche halt mit meiner Liebe und meiner Positivität ein bisschen auszugleichen. Versuche, das so weit zu verbreiten, dass mehrere Leute noch auf den Trichter kommen und vielleicht sich daran ein Beispiel nehmen so und das finde ich halt nice. Das ist meine Einstellung zu Positivität, Negativität und Hass. Jeder, der es fühlt, soll es fühlen. Der, der es nicht fühlt, soll es nicht fühlen. Okay? Ich küsse dein Herz. Yeah! Auf jeden Fall, Freunde, zwei Stunden ist eine gute Zeit. Ich werde offline gehen. Ich muss trainieren noch. Eine Kleinigkeit habe ich noch zu essen im Kühlschrank. Das gebe ich mir jetzt schnell und dann fahre ich ins Gym. Hinten wird es auch schon wieder dunkel, leider. Guck mal. Sonst wäre die Sonne auch auf mich schon drauf. Haut es auf mir drinnen, na Mann. Auf jeden Fall wird es hier gerade wieder ein bisschen grey. Ich glaube, es fängt wahrscheinlich auch noch an zu regnen. Danke fürs Einschalten wieder. Danke für die ganze Liebe, die ihr dagelassen habt. Danke für alle Leute, die auch einen Support in Form von Spende dagelassen haben. Ich küsse euer Herz. Dankeschön. Danke an Jemmo fürs Moderieren. Jemmo, danke fürs Moderieren. Bleibt so wie du bist, Bro. Bleibt alle so wie ihr seid. Verbreitet mehr Positivität und Liebe. Ich küsse euer Herz. Lasst nochmal einen Daumen nach oben da. Schreibt nochmal irgendwie, ballert nochmal ein paar Herzen in den Chat rein. Ein paar Fäuste, Fäusti-Vibes in den Chat rein. Einfach um noch mehr Liebe zu verbreiten. Ich bin davon überzeugt, dass es was bringt. So. Einen Kommentar von Casino will ich noch vorlesen. Bin der, bin das allererste Mal im Stream, Leon. Seit dem Corona-Spektakel und der ganzen, und der ganzen Film, wo du weniger Mainstream-Status hattest, feiere ich dich komischerweise mehr, beziehungsweise verfolge deinen Content deutlich, deutlich mehr. Ich küsse dein Herz, Bruder. Danke auf jeden Fall für das Statement. Ich bin halt auch Reeler geworden seitdem, muss man ehrlich dazu sagen. Mua! Mua!